So, meine lieben Mädels, ich hoffe, ihr hattet heute schon einen richtig schönen Tag, konntet schon, ja, einfach mal die Füße hochlegen, schönes Teechen trinken, das hoffe ich, dass ihr das schon alles machen konntet. So, wir haben uns natürlich wieder was Schönes überlegt und ich muss sagen, ich bin total, ja, hin und weg von den Hosen, von diesen wunderschönen Rollis und natürlich von dieser wunderschönen Jacke, diesem Mantel, diesem Kurzmantel, einfach nur genial. Auf jeden Fall ist der Mantel eine Größe 38 bis 42, aber auch schon in Richtung 44, schaut mal, das ist schon so ein bisschen Oversizer geschnitten, aber trotzdem sitzt der gut am Arm, ich hier mit meiner Größe 38, 40, fühle mich da drin also super aufgehoben und gerade mit diesen einen Knöpfchen ist das wirklich echt genial, also das werdet ihr lieben, das Teilchen. Hier wieder natürlich unsere schönen, ja, Taschen für die Einkaufstättelchen und dann dieser Ekyton, einfach nur richtig, richtig kleidsam und einfach nur total gemütliches Teilchen. So, dann haben wir wieder, oder bin ich so begeistert, wir haben wieder unsere Veggie-Lederhosen bekommen und da habe ich das jetzt so gemacht, dass ich uns mal ein bisschen was Neues rausgesucht habe. Und zwar ist das diese Veggie-Lederhose unten ein bisschen ausgestellt, dieser Bootcut-Schnitt, aber nicht richtig Bootcut, weil hier ist es so eng, wie wir es gewohnt sind, also schön eng anliegen und außen unten ist es so leicht ausgestellt. Und ihr seht das schon, ich habe extra bewusst nochmal ein Bootie dazu angezogen, damit ihr seht, wie gut das einfach sitzt und dass es halt nicht sehr weit ausgestellt ist, aber schon so, dass man sagt, hey, das ist jetzt aber mal so ein bisschen was anderes und ein bisschen schön. Die Hose ist natürlich wieder, wie wir es gewohnt sind, kuschelig ohne Ende, hat innen, ist sie mit einem schönen, flauschigen, ja, Viskose-Anteil, also richtig von innen ganz, ganz gemütlich gemacht. Die ist also auch so leicht angeraut, dass sie einfach auch ein bisschen wärmt, dass sie also nicht so unangenehm auf der Haut ist, also ganz angenehm, ich muss sagen, das fühlt sich richtig, richtig gut an. Und größtentechnisch ist es so, die sind dieses Mal, fallen sie etwas kleiner aus wie sonst, das heißt, ich trage jetzt hier eine Größe L und das ist eine Größe 38,40 und die Größe XL ist dann eine Größe 40,42. Dass ihr das schon mal bitte beherzigt, das wäre ganz, ganz wichtig. Die fallen dieses Jahr leider etwas kleiner aus. So, dann habe ich dazu wunderschöne Buckley-Rollys rausgesucht, die natürlich auch total genial sind, schön gerade geschnitten. Die sind nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang, dass sie auch ganz prima noch zu euren Röcken, die ihr alle im Kleiderschrank habt, super geht. Alles ein bisschen kurz reingeschoppt und dann passt das auch mit den Röcken ganz, ganz wunderbar. Egal, ob es dann diese Plissé-Röckchen sind oder so, ist völlig egal. Also es sieht wirklich toll aus, dieser Schnitt zu jedem Rock. Der Rolli ist natürlich auch hier richtig schön gemacht, nicht zu eng anliegend am Hals. Tolle Qualität und was ich hier schön finde ist, das Bündchen ist so ein bisschen, ist schön elastisch, also auch schon so ein bisschen strammer gestrickt, aber ganz weich und liegt gut an, aber ist jetzt nicht eng. Ja, aber dadurch, dass es hier so ein bisschen strammer gestrickt ist, wird der ganze Pulli hier so ein bisschen bolleriger, würde ich jetzt mal nennen, oder ja, bolleriger, ja, kann man so bezeichnen. Aber das ist wirklich richtig toll, das ist total, das ist total angesagt und ich finde, wenn man das dann noch so ein Stückchen hochschoppt, dann ist das einfach richtig schöne Mode. Mode zum Wohlfühlen und Mode zum absolut gut tragen, das muss ich sagen. Dann, die Hose haben wir noch in einer anderen Farbe und zwar in diesem Braunton, also ein ganz, ganz wunderbarer Braunton, muss ich sagen. So richtig, was für Herz umzählt, ganz, ganz tolles Braun und dazu habe ich dann auch in dem gleichen Braunton diese tolle, ja, diese Weste, diese Kuschelweste rausgesucht, einfach nur genial. Ist farblich exakt alles passig und natürlich noch einen tollen Rolli in der zweiten Farbe und dann den Rolli ein bisschen heller. Das ziehe ich gleich alles als Foto an mit der Weste, ist also richtig, richtig klasse, muss ich sagen. Und natürlich auch hier, entweder tragt ihr den Schal, den wir ja auch schon, ja, viele von euch haben den schon und den hatten wir auch schon in einigen Posts, den haben wir nochmal wiederbekommen. Der ist sehr begehrt und das ist wirklich so ein Teilchen, der geht super hier zu und natürlich auch zu dem hellen Mantel, das zeige ich euch gleich nochmal als Fotos. Und natürlich schaut mal, das ist natürlich schön, schöne Geschichte. So ihr Lieben, ich habe versucht, mich ein bisschen ran zu halten, aber es sind wirklich so viele schöne Teile und ich würde mal sagen, jetzt mache ich Fotos für euch und dann hoffe ich, dass da was Schönes für euch bei ist. Also fühlt euch ganz, ganz herzlich von mir gedrückt, ein dickes Küsschen und Dankeschön für eure wunderbare Zeit. Danke, tschüss.